Sag mal, arbeitest du wieder? Nein, ich muss nur ein paar Sachen regeln. John Wick ist eine spannende und auch wendungsreiche Helden- bzw. Anti-Helden-Reise in seine persönliche, immer dunkler werdende Hölle mit nur wenig Hoffnung auf Erlösung. Es wird geschossen, gestochen und geschlagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Body-Count liegt bei weit über 100. Aber bei aller Brutalität hat man doch eher das Gefühl, einer speziellen Art von Kampfballett, denn einer gewöhnlichen Ballerei oder Schlägerei zuzuschauen. Egal, wie man inhaltlich dazu steht, die Inszenierung ist einfach grandios. Und jeder Action-Fan sollte sich John Wick deshalb auch unbedingt anschauen. Du willst mehr wissen? Dann klicke doch jetzt einfach auf den Link.